Hallo zusammen, ich bin Yannick, das ist Alina. Wir machen hier beide die Lehre im KV Biviski. Und wir zeigen dir heute, warum du dich direkt nach dem Video hier bewerben sollst. Eine Haupttätigkeit von mir ist das Arbeiten am PCM. Dort führ ich vor allem Excel-Listen über die Zahlen von Produktionen der verschiedenen Betonschwellen und von den verschiedenen Kunden. Wenn du hier deine Lehre machen willst, solltest du offen sein, neue Leute kennenzulernen. Du solltest im Team arbeiten, aber auch selbstständig sein können. Ich habe mich für das KV entschieden, weil es eine super Grundbildung ist und nach der Lehre stehen mir tausende von Türen offen. Ich habe mich für Biviski entschieden, weil es sehr frühzeitig ist und man immer wieder neue Abteilungen und Standorte kennenlernt. Was für mich sehr wichtig ist, dass man miteinander sprechen und dass man miteinander respektvoll umgeht. Und das habe ich bei Biviski gefunden. Am Morgen nehme ich die Post entgegen, sortiere ich sie, mache sie auf und mache sie in die richtigen Fächer. Am Abend frankiere ich sie und gebe sie dem Böstler wieder mit. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Einblick in unsere Lehrstelle bekommen. Es würde uns freuen, wenn ihr euch noch heute bei uns bewerben würdet. Tschau zusammen! Tschau! Tschau! ouch